Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal was Neues vom Guzoa. Ich habe ihn kontaktet und habe jetzt hier ein Video, was ich euch zeigen will von ihm. Einen Moment, ich muss es erstmal kurz aufrufen. Da ist es. Spielen wir es mal ab. Guten Tag. Nee, ich glaube, das macht sich so besser. Liebe Leute, die mich noch kennen, also wie ihr sagt, mir geht es gut, alles cool, alles in Ordnung. Bloß wie ihr höchstwahrscheinlich schon im Hintergrund hört, ich habe trotzdem auch noch mit YouTube zu tun. So ist es nicht. Aber die Situation ist einfach die, ich habe für Gaming auch nicht mehr so krass viel Zeit. Das eine. Und wie ihr sagt, dadurch, dass mir halt Clash of Clans dann nicht mehr zugesagt hat, habe ich halt damit aufgehört. Aber wie ihr sagt, grundsätzlich halt wirklich, ja, 3D-Druck ist immer am Start. Das ist immer so eine Sache. Das nimmt halt super viel Zeit in Anspruch. Aber ich habe halt, das hatte ich jetzt Quantus halt auch schon in der Sprachnachricht geschickt, der, ich habe halt, wie gesagt, sonst auch mit YouTube zu tun. Einfach mal Waldform bei YouTube eingeben. Also Waldform, also Wald und Form direkt hintereinander. Und das ist halt ein Kumpel, für den mache ich halt mit der Drohne halt auch immer nochmal Videos und schneide die dann. Das hatte ich auch mal in meinem Zweitkanal gesagt. Bloß, dass ihr wisst, also ich lebe noch, alles cool, alles cool. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, wenn nochmal ein richtig geiles Game kommt, dass ich auch wieder anfange. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin so krank busy, dass ich halt sage, ey, es gibt definitiv gar kein YouTube mehr. Nirgendwann, vor allen Dingen, genau, geiler Deutsch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also haut rein und genießt den Stream noch weiterhin vom Quantus. Und ich wünsche euch was. Schönen Sonntag euch. Bis denne. Ja, das war der Guzoa mit einem Lebenszeichen von sich. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ich jetzt gleich auf Twitch live bin. In der Beschreibung des Videos findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Und da versuche ich heute mit meinem Free-to-Play-Account mit zweimal Buch der Helden, die Queen, auf Level 10 zu bekommen. Die ist jetzt aktuell auf Level 8. Ich habe zwei Bücher der Helden im Free-to-Play-Account. Und ich werde mal ein Experiment starten. Und zwar kann man Elixier gegen Dunkles tauschen. Also ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen. Gleich live auf meinem Twitch-Kanal Quantus73. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.